Hey, 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 hey! Wir haben den NFL-Rückblick Woche 8 am Start. Ich habe mich dagegen entschieden, was einer oder zwei von euch wollten, dass ich die Spiele erwähne, über die ich quasi nicht rede in dem Video. Das heißt, ich habe mir sechs Spiele rausgesucht, über diese sechs Spiele rede ich. Heißt folgerichtig auch, dass ich über acht Spiele nicht rede. Irgendjemand wollte, dass ich ganz kurz einfach die Scores durchgehe. Das ist ein bisschen Quatsch. Ihr könnt einfach NFL-Ergebnisse, NFL-Spieltag, NFL-Scores, was auch immer, googeln und habt dann direkt alle Ergebnisse da stehen. Also das ist ein bisschen unnötig, wenn ich das noch ins Video bringe. Falls ihr euch ärgert, dass ich nicht über euer Team rede heute. Keine Angst, morgen gibt es ein Power-Ranking, da rede ich über jedes einzelne Team der Liga, also auch garantiert über euer Lieblingsteam. Ey, die Zeit ist gekommen. Ich weiß, ihr habt schon mehrere von meinen Videos gesehen, aber noch nicht abonniert, weil wozu? Die Zeit ist gekommen. Es ist Lockdown in Berlin, ich werde die nächsten Wochen kein Football spielen können. Ich werde nur hier zu Hause sein. Die Zeit ist gekommen. Abonniert. Nee, Spaß beiseite. Würde mich sehr freuen, falls ihr abonniert. Okay, komische Woche. Ich habe mehrere Sachen falsch getippt. Wir sind insgesamt bei 8 und 6. Wäre beinahe noch 7-7 gewesen. Giants haben ein starkes Spiel gestern. Insgesamt bin ich damit bei 74-45. Und damit wieder einen ziemlichen Schritt davon weg, mehr als doppelt so viele richtig wie falsch zu haben. Dreck. Okay, erstes Spiel, über das wir reden. Die Bengals haben gewonnen gegen die Titans. 1-5 gegen 5-1 und das 1-5-Team gewinnt. Und das ist crazy. Vor allem gerade so spät in der Saison. Aber ich glaube, ich habe in der Spieltagsvorschau auch gesagt, es könnte passieren, dass die Titans die Bengals nicht ernst nehmen. Waren gerade in einem dicken Fight mit den Steelers. Und dann kommen die vermeintlich deutlich, deutlich, deutlich schlechteren Bengals um die Ecke. Bengals haben mir echt gut gefallen. Joe Burrow spielt richtig guten Football. Und das trotz der Schwächen, die es offensiv im Team noch gibt. Oder auf beiden Seiten im Team, aber offensiv, betreffen sie ihn natürlich direkter. Das ist crazy. Ordon Tate hat gut gespielt übrigens. Ihr wisst, Ordon Tate, Florida State Receiver, der gefühlt ein bisschen... Ich weiß nicht, Bengals-Fans, lasst mich mal wissen. Aber jetzt gerade dieses Jahr, er hat weniger gespielt, als ich gehofft hatte. Aber immer wenn er gespielt hat, war er gefühlt gut. Und ich weiß nicht, vom puren Talent kann man das natürlich schwer vergleichen. Aber von der Produktion, was er aufs Feld gebracht hat, lasst mich wissen, falls es blasphemisch ist. Wie gesagt, ich richte mich an die Bengals-Fans. Ihr seid da mehr in der Materie als ich drin, was euer eigenes Team angeht. Ich habe das Gefühl, er ist besser als AJ Green dieses Jahr. Hängt vermutlich mehr damit zusammen, dass AJ Green struggelt, als dass Ordon Tate der nächste Superstar-Receiver ist. Aber trotzdem, lasst mich mal wissen, wie ihr das seht. Sehr traurig für die Titans, auch wenn ich sagen muss, das Team ist immer noch gut. Gut, AJ Brown zum Beispiel wird nicht häufig so unterirdische Spiele haben, wo er halt gar nicht reinfindet ins Spiel. Hat vermutlich wieder ein bisschen mehr gezeigt, dass Tannehill nicht der Über-Quarterback ist. Wie er manchmal rüberkommt, wenn alles nach Plan läuft bei den Titans. Oh, die Giants haben gerade noch einen Touchdown gemacht. Damn. Heftig. Ja, aber ansonsten, macht euch nicht zu einen großen Kopf so. Das ist halt wirklich ein Aufmerksamkeitsding. Wenn die aus einer Buy-Week kommen zum Beispiel, sieht das Spiel ganz anders aus. Wenn die von einem normalen Sieg kommen, sieht das Spiel vermutlich auch anders aus. Ich will überhaupt keinen Credit von den Bengals wegnehmen. Das war ein sehr starkes Spiel, gerade ohne Joe Mixon ja zum Beispiel. Aber ich glaube, auch als Bengals-Fans kann man da anerkennen, man hat vielleicht die Titans ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Okay, Vikings-Packers. Nächstes 1-5-Team, was das nächste 5-1-Team besiegt hat. Also quasi genau das gleiche Szenario. Außer, dass ich halt denke, es war jetzt nicht absolut überraschend, dass die Bengals 1-5 sind. Und es war schon sehr überraschend, dass die Vikings 1-5 waren. Ich habe vorher gesagt, die Vikings sind ein talentiertes Team. Dervin Cook ist halt abnormal. Und das ist immer das, was ich sage, wenn man sich bei Running Backs auch die O-Line angucken muss. Wenn ich quasi irgendwo sage, bei Ezekiel Elliott habe ich das ganz häufig schon gesagt, wartet mal ab, bis die O-Line nicht gut ist, oder ich möchte den mal bei einem Team sehen mit einer schlechten O-Line. Ob er dann immer noch so krass aussieht. Beziehungsweise, selbst als die O-Line gut aussah, wenn er mal ein, zwei Spiele nicht gespielt hat, ob das nur wegen Sperre war oder weil er verletzt ist, dann kommt er auf einmal im Pollard rein und sieht richtig gut aus. Und deswegen ist es bei den Vikings ein bisschen anders. Denn die Backups, die jetzt gespielt haben für Cook die letzten Wochen, die sahen okay aus. So, waren gute Running Backs. Und Dervin Cook ist ein ganz anderes Biest. Ganz, ganz anders. Vier Touchdowns am Ende, über 200 Yards. Im Receiving Game war es gemacht. 30 Carries für 163 Yards. Ganz, ganz kranker Typ. Packers haben den Anfang verschlafen, waren dann zu schnell, zu weit hinten. Am Ende sogar 28, 14. Obwohl es ja mit 14, 14 sogar noch in die Hälfte ging. Und dann letztendlich im vierten Viertel versucht zurückzukommen. Vikings bei null Punkten gehalten, aber hat nicht gereicht am Ende. Ich hätte echt gedacht, das ist ein Fehler, den Ball zurückzupanten zu Aaron Rodgers. Aber dann hat der Strip-Sack die ja quasi noch gerettet, die Vikings, von DJ Warnham, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Aber ja, das ist ein guter Sieg für die Vikings. Mit 2-5 ist noch nicht alles verloren. Okay, wir haben Rams gegen Dolphins. Und die Dolphins gewinnen, was an sich gar nicht so crazy ist, sage ich. Die Dolphins haben guten Football gespielt vorher. Und die Rams haben gestruggelt gegen die 49ers. Aber Tua musste überhaupt nichts machen. Tua ist am Ende, kann ich live mal schnell gucken, aber ich glaube, der ist unter 100 Passing Yards. Gibt ihm ja, der hat 93 Passing Yards am Ende. Ein Touchdown, keine Interception, wurde einmal gesackt. Der Touchdown war stark, hat er gut gemacht. Aber das war halt alles die Defense der Dolphins, beziehungsweise Special Teams. Der Gangster, Shaquem Grant mit dem Special Team Touchdown, mit dem ersten Punt-Rater im Touchdown der Saison. Wer, wenn, nicht er. Aber ich habe während des Spiels auch schon zu Fabrice gesagt, eigentlich, vielleicht weil ich generell pessimistisch bin oder ein Hater oder was auch immer, aber eigentlich bin ich eher schon wieder geneigt, das gar nicht mal unbedingt den Dolphins als krass anzuschreiben, als eher den Rams als unterirdisch. Jared Goff ist echt kein guter Quarterback. Und ich weiß nicht, ob es langsam auch die Rams-Fans sehen. Denn ansonsten, am Anfang waren sich alle uneinig. Ich habe gesagt, ich bin kein großer Jared Goff-Fan. Dann sah Jared Goff schlechter aus. Und ich habe gesagt, ich bin kein Fan und er ist schlecht. Und die meisten Leute haben gesagt, ja, der sieht vermutlich echt nicht so gut aus. Und die Rams-Fans waren immer noch da. Ne, 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 wenn alles im Scheme ist, dann macht er das. So, jetzt habe ich das Gefühl, Rams-Fans und ich, wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir sagen, er gewinnt selber keine Spiele, aber wenigstens hat er es jetzt geschafft, dass er nicht alleine Spiele verliert und quasi nur managt und alle anderen die krassen Spiele um sich herum quasi machen lässt. Das Spiel gestern hat er nicht alleine, aber er hat schon mitentschieden, dass es verloren wurde. Dumme Picks, keine Awareness, nur knapp über 50% Completion Percentage, ein Taschner und zwei Picks, wenn ich mich nicht irre. Das war echt kein gutes Spiel. Und die Defense und Special Teams für die Dolphins haben es gewonnen und die Offense für die Rams hat es verloren. Ganz, ganz klar. Aaron Donald war wieder richtig krass, wenn er das Spiel gesehen hat. Sieht auf dem Scoreboard gar nicht so heftig aus, aber der war dominant wie Sau. Jan Ramsey hat halt nicht wirklich gespielt wegen einer Krankheit, aber das kann echt nicht sein, Mann. Okay, Steelers-Ravens war ein geiles Spiel. Ravens-Fans hätten sich vermutlich ein anderes Ende gewünscht und das hätte gut und gerne auch so sein können. Hier muss ich sagen, Ben gut in die Saison gestartet, jetzt inzwischen sieht er auch nicht mehr so gut aus, auch wenn man fairerweise sagen muss, die Ravens-Defense ist echt gut. Auf der anderen Seite, Lamar Jackson sah grottig aus in dem Spiel, wirklich unnormal schlecht. Und da kann ich nicht mal wirklich sagen, der ist zum Beispiel unter 50% Completion Percetage. Und da kann ich nicht mal sagen, ja, das ist aber, weil die Steelers-Ravens so krass ist. Stimmt natürlich, die Steelers-Ravens ist krass, aber die Fehler, die Lamar Jackson gemacht hat, die haben nichts damit zu tun, dass die Steelers-Ravens krass ist. So, die beiden Picks zum Beispiel, die waren einfach beide schlecht und der eine, der gedroppt wurde. Also, ich bin ehrlich, ich denke, es ist incomplete. Steelers-Ravens sehen das vielleicht anders, obwohl nach dem Sieg könnte es eigentlich egal sein. Aber die eine Interception, wer war denn das? Die Cornerback-Interception. Wo er den Ball fängt und auf den Boden fällt und er fängt den Ball halt nur wegen des Bodens. Das, letztendlich war es keine Interception, aber das war auch ein unglaublich dämlicher Wurf, das kannst du nicht machen. Und der erste Wurf, der Pick-Six, der war wirklich, das war so schlecht. Ich verstehe das nicht. Und das kann man halt auch wieder positiv sehen. Ich gebe euch für beide Teams eine Sache und ihr könnt die Sache positiv oder negativ auslegen. Und ich erkläre euch, wie. Und dann entscheidet ihr, ob ihr ein optimistischer Fan seid oder ob ihr ein pessimistischer Fan seid. Das, was für die Ravens wichtig ist. Beinahe das Spiel gewonnen, obwohl Lamar Jackson unterirdisch war. Und das, genau die Steelers sind das Team, mit dem man sich messen muss. Erstens Rivalität, zwei ins AFC North, Konkurrent, drittens Safe Playoffs. Das ist das Team. Und die Steelers haben die nächsten drei Wochen übrigens richtige Cupcakes. Das heißt, sie werden höchstwahrscheinlich 10-0 gehen. Das heißt, dann sieht das Team nochmal ein bisschen krasser aus. Aber Lamar Jackson hat nicht gut gespielt. Das ist jetzt das Positiv- oder Negativ-Ding. Entweder man sagt, ey, Lamar Jackson hat nicht mal gut gespielt und wir hätten trotzdem beinahe noch gewonnen. Und wenn man negativ ist, dann guckt man sich das Ganze an und sagt, Lamar Jackson hat echt Probleme gegen gute Defenses. Der spielt stark, wenn er in seiner Ruhe bleiben kann, wenn er die gegnerische Defense dominieren kann. Gegen eine gute Defense, gegen eine dominante Defense spielt er nicht gut. Und das ist ein Problem, gerade in der AFC North. Für die Steelers gibt es sogar zwei Sachen. Einmal, ich habe mich gewundert, aber die haben bisher nur zwei Spiele mit Two Possession Games gewonnen und auch nur eins, und zwar gegen die Browns, richtig deutlich. Ich glaube, das andere Spiel, ich habe vergessen gegen wen, es waren zehn Punkte oder so, Browns haben sie halt kaputt gemacht. Nur irgendwie 38-7 oder sowas. Und ansonsten waren alle Spiele knapp. Die haben sogar knapp gewonnen gegen die Giants zum Beispiel. Die haben knapp gewonnen gegen echt nicht so sonderlich gute Teams. War Washington sogar noch eins davon? Ich habe gerade den Scheduler nicht mehr im Kopf. Und deswegen könnte da eventuell das Seahawks-Ding eintreten, dass sie ein bisschen besser aussehen, einfach nur vom Rekord her, als sie sind, weil sie halt in vielen Spielen letztendlich den Ticken mehr Glück hatten und diese knappen Spiele für sich entscheiden konnten. Allerdings ist es auch eine Qualität von einem Team, knappe Spiele für sich zu entscheiden. Das kann man positiv, negativ sehen. Und die andere Sache ist, die Ravens haben einen richtigen Blueprint gegeben, wie man die Steelers kaputt machen kann mit einem mobilen Quarterback. Wenn zum Beispiel die Cardinals oder irgend so ein Team in der Richtung gegen die Steelers spielt, eventuell werden sogar die Chiefs sowas integrieren. Denn die Steelers sahen richtig, 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 richtig schlecht aus gegen Options. Selbst im vierten Viertel zum Schluss noch, die waren so schlecht, nicht schlecht gecoacht, das ist unfair, aber die waren so undiszipliniert gegen Options. Das heißt, wenn der Quarterback dem Running Back quasi den Ball gibt und dann, das nennt sich der Meshpoint, wo quasi beide den Ball anfassen und sich dann entscheidet, okay, er nimmt den und, hm, oder ich nehme den und renne. So, und das konnten die Steelers überhaupt nicht verteidigen. Die Steelers haben das Spiel nur gewonnen, weil sie unglaublich talentiert sind, einfach defensiv, als einzelne Spieler. Unglaublich dynamisch, athletisch, talentiert. Wenn das ein schlechteres Team wäre, so wie die gecoacht waren für die Option, so wie die vorbereitet waren auf die Option, wären die komplett kaputt gegangen. Das kann ein Problem sein. Chargers, Broncos, Chargers waren schon wieder 21 Punkte vor, 24, 3 und haben dann verloren noch. Das ist kritisch, das ist ganz, ganz kritisch. Justin Herbert sah eigentlich wieder ganz gut aus. Eine von den Interceptions sage ich, ja, das ist ein dummer Wolf, musst du nicht machen, das ist ein unnötiges Risiko. Andere würde ich sagen, ist nicht unbedingt seine Schuld, aber, ja, am Ende 21 Punkte, drei Passing-Touchdowns von Lock, wenn ich mich nicht irre, im vierten Viertel. Das kann man nicht machen. Du kannst nicht so sehr zum Ende noch 28 Punkte aufgeben. Das ist kritisch. Und ich glaube, im letzten Drive, ich kann mich leider nicht mehr an die Situation oder an die Spiele erinnern, aber ich glaube, das war das Spiel, wo es eine Flagge gab gegen die Chargers Defense, vielleicht sogar im allerletzten Drive, Pass and Affluence, wo ich gesagt habe, das ist keine Pass and Affluence. Da habe ich echt ein bisschen Mitleid gehabt mit Chargers-Fans. Wenn ihr die Situation wisst und wenn ihr Chargers-Fan seid, dann nehme ich an, ihr wisst die Situation, dann könnt ihr mir gerne mal schreiben. Broncos, stark noch zurückgekommen. Das Problem ist ein bisschen bei Drew Locke, ich habe ja Anfang der Saison immer gesagt, abgesehen jetzt von den ganzen Verletzungen, wenn Drew Locke gut spielt, dann wird auch das Team gut sein. Wenn er nicht so gut spielt, wird auch das Team nicht gut sein. Und er ist so in der Mitte. Er spielt nicht gut, wirklich die erste Hälfte bis ins dritte Viertel rein, war nicht wirklich gut, was Drew Locke gemacht hat. Und dann wurde er gut. Und das ist auch durch die Saison so sehr wackelig gewesen bisher. Klar, er hat noch nicht genug gezeigt, um da wirklich was einschätzen zu können, aber wenn es bis Ende der Saison so bleibt, dann ist es wieder so ein Mittelding. Dann weißt du nicht, okay, haben wir jetzt unseren Quarterback der Zukunft oder holen wir uns nächstes Jahr wieder wen Neues? Und das ist kritisch. Da hätte ich lieber, dass er in irgendeine von den Richtungen extremer ausartet. Okay, ich will echt nicht lange über das Spiel reden, das will ich euch nicht antun, das will ich mir nicht antun. Oh Gott, ist das schlecht. Gott, ist das schlecht. Auf beiden Seiten gewesen. Cowboy ist vielleicht was Positives, nur 23 Punkte zugelassen. Ich konnte mich echt nicht so drauf konzentrieren, weil ich so frustriert war, wie schlecht das war. Aber ich habe das Gefühl, die sind defensiv wieder ein bisschen mehr One-Gap gegangen. statt Two-Gap, wie sie viel gespielt haben dieses Jahr, was einfach nicht passt zu der Defense. Dinucci ist nicht gut. Ist echt nicht gut. Das Ding ist, er meinte vorher, ja, Football ist Football und ein bisschen so hat er gespielt und das ist ein Fehler. Denn ich glaube, er ist ganz athletisch eigentlich oder athletischer, als er aussieht zumindest. Aber ich glaube, er denkt, dass er viel athletischer ist, als er ist. Ich glaube, er denkt, er kann Defensive Linemen in der NFL wegrennen. Kann er nicht. Defensive Linemen in der NFL sind so krank schnell. Wenn ihr Defensive Tackles oder sowas seht, ich halte mich persönlich für relativ schnell, für so einen normalen Menschen. Oder selbst wenn ich Football spiele, halte ich mich für relativ schnell. Wenn ich ein 20-Jahr-Rennen machen würde gegen NFL Defensive Tackles, keine Chance. Die sind so explosiv, die sind so schnell. Und ich glaube, das hat Dinucci im Laufe des Spiels immer mehr gemerkt. Von wegen, okay, vielleicht bin ich doch der Typ, der auf dem Feld steht, der am wenigsten athletisch ist hier gerade. Und das hätte früher da sein müssen. Der hat Würfe genommen, wo man denkt, so in seinem Kopf ist er gerade mal Holmes. Der hätte eigentlich, ich sag mal, wenn die Eagles alles gefangen hätten, was er an dummen Würfen gebracht hätte oder an interceptbaren Würfen gebracht hätte, dann hätten die Eagles sechs, sieben Interceptions gehabt im Spiel. So ist es nicht so gekommen. Aber alter Schwede, ey. Cowboys sind wirklich ein ganz, ganz totes Team. Die müssen jetzt ganz, ganz dringend, obwohl das Ding ist, tanken bringt nicht mal wirklich was, weil du Deck hast. Das ist schwer. Die müssen unbedingt wieder zu einem aggressiven One-Gap-System, defensiv und offensiv. Brauchen sie halt ein Quarterback, das ist logisch mit Verletzungen und so. Eagles auch echt nicht gut, Alter. Das ist so schlecht. Ich weiß nicht, ob ich jemals schon ein schlechteres NFL-Spiel gesehen habe, vom insgesamten Niveau des Spiels her. So viele Fehler, so viel Müll wirklich. Und Carson Wentz, eigentlich bin ich ja immer einer der Carson Wentz-Verteidiger noch, wo ich sage, ach, Carson Wentz ist nicht so schlecht, der kommt, der hat nur nicht so wirklich was um sich rum. Der Junge ist so durch. Der hat James Winston-Syndrom hoch drei. Der kann einfach nie den Ball einfach nur wegwerfen oder mal für Nulljahrts ins Auslaufen, um sich nicht einen dicken Hit noch abzuholen. Der schmeißt den immer noch auf, Teufel komm raus, irgendwo hin. Hat auch eine Interception in der Endzone geworfen, wo ich mir denke, Digga, da sind zwei... Carson Wentz ist wirklich einfach dämlich, ne? Also wirklich, manchmal denke ich, der ist wirklich einfach ein bisschen dumm. Was total unfair ist, der ist bestimmt ein super intelligenter Typ mit einem richtig hohen Football-IQ. Aber er muss einfach checken, gerade gegen so ein Team, wo du einfach weißt, bei dem anderen Team läuft gar nichts. Ich muss das nicht machen. Einfach live to fight another down. Das ist so ein flügeltes Sprichwort. Flügeltes Sprichwort? Ihr wisst, was ich meine. Das ist ein Sprichwort in der NFL und das muss er sich gefühlt auf die Stirn tätowieren. Boah. Ich glaube, PFF hat so eine Statistik veröffentlicht, wo steht, turnover-worthy plays, also Plays, die man macht, die es wert wären, als Turnover zu landen. Ich weiß nicht genau, wie das funktioniert. Auf jeden Fall hat er 23 davon bisher dieses Jahr und das Nächste Meiste in der Liga sind 13. Das kann man sich mal geben. Alles klar, willkommen zu meinen Spielern der Woche. Ist mir echt gar nicht so leicht gefallen, gerade defensiv, sage ich mal. Und Rookie der Euro war alles nicht so, also es sind nicht so viele, die richtig rausgestanden haben, außer NFC-Offensiv natürlich. Da sind wir auch direkt angekommen bei meinem Boy, Delvin Cook. 226 Yards und vier Touchdowns insgesamt. Bomben-Spiel, obwohl er nicht mal 100% fit war anscheinend. Crazy. AFC-Offensiv habe ich mich entschieden für Patrick Mahomes mit 416 Yards und fünf Touchdowns. Ich habe überlegt, ob ich ihn disqualifiziere, weil es gegen die Jets war, aber mein Gott, trotzdem statistisch gesehen gute Spiele. Ich habe jetzt niemand anderen gesehen, der wirklich crazy war. NFC-Defensiv ist es für mich Aaron Donald mit vier Tackles, einem Sack, zwei Tackles for loss und einem Forst Fumble. Starke Performance. AFC-Defensiv habe ich auch nicht wirklich wen gefunden, habe mich letztendlich entschieden für Robert Spillane. Elf Tackles, ein Tackle for loss, zwei Pass Deflections und ein 33 Yard Pick 6. NFC-Rookie der Woche ist für mich Trayvon Diggs mit sieben Tackles, vier Pass Deflections und zwei Interceptions, was stark ist. Und AFC-Rookie der Woche ist Joe Burrow für mich mit 249 Passing Yards, zwei Touchdowns und dem Upset über die Titans. Alles klar, das war es mit dem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich freuen, falls ihr ein Like da habt. Wenn ihr die neue Seite nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.